Na sag mal, wolltest du nicht mal ein Bad nehmen? Nein, ich hab nicht mal gebadet. Ach so? Du stinkst nicht? Nein, du stinkst natürlich nicht. Aber irgendwie wegen deinem Rücken oder wegen irgendwas habe ich doch gesagt, nimm doch mal ein schönes Bad. Mein Neffe schimpft immer über die Wellensittiche, weil wir haben ja so viele, 15 Stück und die machen natürlich Krach, hört man ja, ist nicht jedermanns Sache. Ich arbeite ja ehrenamtlich noch in einem Theater, ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt hatte, hier in Berlin und ähm, was wollte ich denn jetzt sagen, jetzt habe ich wieder einen Faden verloren. Naja und für diese Theater habe ich Kuchen gebacken. Ich mache ja so einen Apfel-Streussel-Kuchen und die Leute sind so begeistert von dem Apfel-Streussel-Kuchen gewesen. Mein Neffe auch, den habe ich nämlich gebacken, weil er hatte einen runden Geburtstag. Ja, mein Neffe ist ja 60 geworden und äh, ja, mein Neffe arbeitet im Theater. Als Bad möchte ich nicht drüber reden. Und da habe ich für die ganze Belegschaft, für die Schauspieler, für die Kollegen, habe ich Kuchen gebacken. Die waren so begeistert, ja. Gestern war ich auch da, bin ich angesprochen worden, der tolle Kuchen, wir wollen Kuchen, wir wollen Kuchen. Ich sage ja, 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 bei Gelegenheit werde ich euch mal wieder Kuchen präsentieren. Apfel-Streussel-Kuchen, ich habe so ein altes Backbuch. Ach, das habe ich mal vor, weiß ich. Da war ich 17, da habe ich das von einem Freund geschenkt gekriegt. Ja. Ja. Ja.